BR 2018 Ich bin Fynn, 11 Jahre alt und fahre Motocross. Ich möchte was Neues ausprobieren. Es hat mit Kino zu tun. Wenn ihr in diesen Ländern wohnen, könnt ihr auch was machen. Es gibt Popcorn, massenhaft. In einem Hotel schlafen könnt ihr auch. Filme schauen ohne Ende und neue Leute kennenlernen. Wenn ihr zwischen 9 und 13 Jahre alt seid, dann bewährt euch bei der Kinderjury vom goldenen Spatz. die Kinderjury vom vonária Wetter verteidigte,